So, ein kleines Informationsvideo, zwar jetzt in Unity. Für diejenigen, die sich die Minecraft-Folgen angeschaut haben, ich habe einen kleinen Fehler meinerseits gemacht. Ich mir habe ein Kumpel gesagt, ich kann mit ShareFactory die Videos zusammenstellen. Das klappt auch ganz gut. Doch, das Problem ist, ShareFactory zeigt mir zwar an, dass ich 40 Minuten aufnehmen kann, also Material aneinanderheften kann, aber nur 30 Minuten rendern und hochladen kann. Deswegen habe ich die Folgen, da sie noch ganz gute Schnitte haben, so hochgeladen jetzt. Das heißt, in den drei Einzelparts, wie sie von der Playstation-Alt ausgespeichert worden sind, deswegen auch zwei 15-Minuten-Videos und ein 8-Minuten-Videos in der ersten Folge, genauso wie in der zweiten Folge. Deswegen, ich habe das nicht ganz bedacht und mich nicht voll schlau gemacht. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich werde das beim nächsten Mal natürlich beachten, sodass wir in 30 Minuten mit Folgen rauskommen und auch gut geschnitten sind. Ja, jetzt zu Unity. Wie ihr seht, ich bin nicht alleine, doch derjenige, der mit bei mir ist, ist leider... Vor einiger Zeit hat er sein Headset geschrottet und ist derweil nicht mit der Stimme dabei. Das entschuldige ich für ihn jetzt seinerseits. Das wird natürlich noch ein Video geben, wo ich mit ihm zusammen aufnehme. Sofern er dann wieder ein Headset hat, denn er nimmt im Moment die FPS wieder, um in der Party zu reden. Dies zu entschuldigen, bitte. Ähm, die Mission, die österreichische Verschwörung. Ich nehme dies deswegen auf, weil ich halt dieses kleine Infovideo zu Minecraft machen wollte, weil ich mit einem Freund ja Minecraft aufgenommen habe. Und es ist ja auch mehrmals gesagt, aber ja, 40 Minuten und sowas. Deswegen, es sind zwar insgesamt 40 Minuten immer an Videobaterial da, aber es sind halt in drei Teile aufgespaltet. Eine Folge hat halt drei Teile. Das werde ich natürlich ab der dritten Folge anders machen. Es werden dann insgesamt zusammenhängt 30 Minuten kommen als eine Folge. Falls sich diejenigen, die sich das Video dann anschauen, dann wundern, hä, wieso hat der jetzt drei verschiedene Videos mit der gleichen Folgenzahl gemacht? Die hängen alle zusammen. Bitte nicht wundern. Ja, zu Unity, ihr seht, ich bin schon ziemlich aufgelevelt und schon ziemlich hoch. Ich habe auch schon alles durch, noch 100 Prozent. Deswegen, ich spiele die Mission eigentlich nur noch für einen Freund. Und weil ich Unity auch eigentlich ganz gut finde. Klar, von der, äh, von der Traggerate jetzt nicht so gut. Da hätte ich auch ein bisschen was daran ändern können. Aber klar ist, es sind so viele umlaufende NPCs, was so viel verarbeitet werden muss. Es ist klar, nicht jedes Spielsperfekt. Oder die entfälligte Spiele gehabt. Und ich, ich sage keinem nur, Juken, Juken, Juken for ever. Das ist ein Paradebeispiel für ein Spiel, was man miserabel nicht machen kann. Aber zu Unity. Unity ist eigentlich für mich ein, äh, jetzt nur noch Zeitvertreibung. Ich warte halt nur darauf, dass, äh, Syndicate rauskommt. Ich habe gerade gern schon mal trittiert. Das war's eigentlich von meiner Seite aus. Ich wollte nur ein kleines, äh, Info-Video machen. Ich werde natürlich auch die Missionen für euch zu Ende machen. Ähm, viel reden werde ich vielleicht nicht dabei. Aber ansonsten, schaut euch das zu Ende an. Meine Bitte war halt nur darauf, falls ihr das Video hier noch zuerst schaut, ähm, das mit Minecraft zu, äh, Entschuldigung, oder ihr schaut euch halt das hier zuerst, äh, danach an, das dann bitte zu entschuldigen. Ansonsten werde ich das natürlich in der, in der nächsten Folge von Minecraft noch, äh, mal erwähnen, was mit Minecraft jetzt los war. Wieso das nicht so geklackt hat, wie ich das wollte. Aber ansonsten, wie ist das jetzt einfach? Für die Zuschauer. Ich bin noch grad ziemlich müde, deswegen, ich suche mit dem Vaterrad ein bisschen zusammen, ich bin entschuldig, natürlich, bitte ich, um, äh, zu entschuldigen nochmal, ich bin ziemlich müde. Es ist noch dann ziemlich spät. Halb zwei, morgens in Deutschland. Äh. Vor allem bei der Hitze. Alleinmacher, aber nicht bei einer Person. Alleinmacher, aber nicht bei einer Person. Alleinmacher. Leinmacher. ich habe schon mindestens ich habe schon mindestens 15 Leute getötet nein, wie viele haben die denn noch? da ist nämlich ein massenbergreifnis leute, oder? zucken noch jetzt muss man doch die ganzen weichen wühlen, wo ist jetzt da zum stehlen? oh man wie wir sehen, ein Dokument hat gerade schon die Danger Meise geholt ich suche immer noch unter den Bergen an Leichen ja, ich habe auch gefunden und jetzt geht's ab ab, nach draußen ja die zwei letzten Ziele, glaube ich zumindest ich habe die Lippen schon lange nicht mehr gespielt wir warten jetzt auf uns so, jetzt muss ich gleich überlegen, wie machen wir das am besten da ist mein Haus entlang gleiten, wo kann ich rein, wo kann ich rein? und da haben wir doch schon eine Erhängung gefunden, Leute, na? ja scheiße das hat natürlich sogar noch gar nichts vor der Ende so, damit habe ich auch das erste von zwei Zielen schon ach, der kann mich jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt noch ich bin jetzt noch da rein ich habe gerade alles auf mich, was auf mich zu locken kann ja so soll sollte man es gibt natürlich nicht spielen einfach einlaufen aber jetzt haben es dazu weiß ich mir ganz witzig war das habe ich nicht geträumt hier stimmt etwas nicht Zeit von hier zu verschwinden so das war es auch die Mission ist beendet ja ich habe ich habe ihn schon ich muss jetzt auch erst mal hier weg denn so viele Leute wie hier sind kann ich nicht ich will dich jetzt auch nicht mehr töten ich will jetzt schauen dass ich das Video vielleicht noch vor den Minecraft Folgen hochladen dass man sich das vorher vielleicht anschaut ansonsten werde ich in der dritten Folge von Minecraft dann eine Erklärung dazu geben wieso das jetzt mit SharePlayer und ShareFact nicht so gut geklappt hat und das ist jetzt sechs Videos anstatt wie gesagt wie geplant zwei Folgen Videos nur gibt bis dahin sage ich auf jeden Fall Ciao bis zum nächsten Mal wir sind dann auf jeden Fall in Minecraft zurück tschuldalü